Die Bedingungen sind super, da in der Ramsau wird das sowieso immer professionell gemacht und ich ein Volontiers Hut ab, also gratuliere. Im Sommer mache ich mir viele Läufe, Halbmarathons und so und da suche ich mir immer die gewissen Leute aus und die möchte ich dann geschlagen und wenn ich den dann geschlagen habe, dann freue ich mich total für mich und mein eigener Sieg ist mir der wichtigste. We are very happy to be here in Austria to participate in the Winter International Games. We are just two athletes from Palestine, we participate in snow showing, when we are in Palestine there is no snow, the athletes like to play with the snow, because it is the first time the athletes practice or play in the snow. Wenn zu weitermachen. Bis zum nächsten Mal.